Herzlich Willkommen zu Blickpunkt 2023, dem virtuellen Zeiss-Event zu den Innovationen für das neue Jahr. Was sind die Neuheiten? Was sind die besten Produkte? Und vor allem, was könnt ihr richtig gut verkaufen? Darum soll es heute Abend gehen. Das Beste von Zeiss ist noch besser, also da können wir uns drauf freuen. Tolle Produkte, tolle Innovationen und wir haben natürlich auch da noch Services, digitale Themen, die wir spielen werden. Also bleibt spannend. Der Vorteil von uns, von Zeiss für den Vertrieb ist wirklich, dass wir Partner sind, dass wir wirklich einen Partnerstatus anbieten, wo der Augenoptik am Ende des Tages wirklich mit differenzierenden Konzepten erfolgreich sein kann. Früher war das Sehen relativ statisch und jetzt geht alles eben aus dem Augenwinkel in einer Dynamik, die in ihresgleichen sucht. Das war bei Einführung von Smart Life schon so, aber das ist jetzt noch viel, viel, viel mehr geworden. Also es gibt breitere Sehbereiche, also man sieht es, wir wissen auch, ich meine, unsere Kunden sind ja jetzt schon mit Smart Life sehr zufrieden und die Endverbraucher, wir kriegen gutes Feedback und das haben wir jetzt trotzdem noch mal eine Schippe draufgelegt. Jetzt ist die Herausforderung, Innovatives zu bringen. Die Kollektionstiefe hat sich verdoppelt. Ein neues Segment, ein sportlicher Touch. Und jetzt freuen wir uns, dass wir zum 1. April auch auf dem Dachmarkt ein Brillenglas anbieten können, unseren neuen Zeiss Mayocare Brillengläser, um eben auch hier den Optikern die Möglichkeit zu geben, Kinder zu versorgen, die in die progressive Myopie rutschen. Wir wissen, dass durch dieses Design es möglich ist, die Myopie zu verlangsamen und genau das macht das Glas. Ich darf nämlich jetzt das Wort übergeben an den CEO von Zeiss Vision Care, Answenn Herrmann. Zeiss ist erfolgreich, weil wir uns auf den Erfolg unserer Kunden konzentrieren. Die besten, innovativsten Brillengläser und Technologien können nur ein Erfolg sein, wenn Sie davon profitieren und mit Zeiss Ihr Geschäft weiterentwickeln. Dieser Fokus auf Kundenerfolg ist für uns, aber auch für mich persönlich sehr wichtig, weil er für echte Partnerschaften steht. Und echte, zuverlässige Partnerschaften sind wichtiger als je zuvor. Wir haben die Lösungen, Produkte und Services, die Ihnen auch 2023 halten, Ihr Geschäft weiterzuentwickeln. WISU-COR 500 ist ein kombiniertes Refraktionssystem. Das heißt, objektive und subjektive Refraktionen vereinen wir hier auf kleinstem Raum. WISU-COR 500 ist ein kombiniertes Refraktionssystem. Das heißt, objektive und subjektive Refraktionen vereinen wir hier auf kleinstem Raum. Ich habe meine Ziele versucht, mit Fokus das Ziel zu erreichen. Ihr tut es von eurer Seite, bestes Sehen zu ermöglichen. Und wir haben jetzt noch eine Sache gemeinsam, ein großes Ziel 2023. Dazu braucht man einfach einen guten Partner. Und jetzt seid toll, toll, toll bei eurem Abenteuer. Wir benutzen das Google My Business Konto seit drei Jahren. Und das ist einfach mega gut, weil ich habe kostenlose Werbung. Also die Frequenz ist höher geworden. Und für uns lohnt es sich. Und wir werden es auf jeden Fall weitermachen, weil es macht auch echt Spaß. Wir haben ja unsere Online-Plattform MySize. Wir haben für alle unsere großen Kampagnen, aber auch unterjährig, viele Marketing-Materialien. Sei es jetzt Social-Media-Posts oder auch Posts fürs Google-Business-Profil. Und man kann es sich einfach herunterladen und selber einbauen, wie man möchte. Wir wollen in die Zukunft schauen. Hier ist Tristan Hox. Das Jahr 2023 wird nicht eine Fortschreibung der letzten paar Jahre. Der Blick auf die ferne Zukunft zeigt uns, es wird besser. Und wir sehen natürlich jetzt gibt es so einen kurzzeitigen Trend dazu, dass die Leute wieder sehr auf den Preis achten. Wenn man aber mal genauer nachschaut, was sind denn eigentlich die Kundenbedürfnisse bei uns, dann sehen wir sehr, sehr schön, dass es nach wie vor Qualität ist. Und das ist, glaube ich, ein Trend, mit dem sich Zeiss sehr gut identifizieren kann. Und das ist, glaube ich, ein Trend. Und das ist, glaube ich, ein Trend.